Kompakte Soundbars sind schlanke Audiogeräte, die entwickelt wurden, um den Klang von Fernsehern und anderen Unterhaltungssystemen zu verbessern. Sie sind besonders wichtig, da sie einen beeindruckenden Surround-Sound bieten können, ohne viel Platz einzunehmen. Diese kompakten Soundbars sind ideal für Wohnzimmer mit begrenztem Raum und bieten dennoch eine herausragende Audioqualität für ein immersives Hörerlebnis beim Ansehen von Filmen, Spielen oder Hören von Musik. Durch ihre einfache Installation und Bedienung sind sie auch für Technologie-Enthusiasten und Audio-Line gleichermaßen zugänglich. Im heutigen Video zeigen wir Ihnen die 5 besten Kompakte Soundbars. Lassen Sie uns beginnen. Los geht's mit unserer Liste auf Platz 5, Ultimea Dolby Atmos Soundbar. Ausgestattet mit Dolby Atmos, modernster Audio-Technologie, hebt der Nova S50 den Klang auf neue Dimensionen. Dolby Atmos bietet ein multidimensionales Klangerlebnis, das eine virtuelle Höhen- und Surround-Komponente bietet und den Raum mit fantastischem Klang erfüllt. Erleben Sie höchste Audioqualität über HDMI-EARC und 4K-TV-Verbindung und erzielen Sie Ultra-HD-Bilder in Kombination mit unvergleichlicher Klangqualität, um ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis zu schaffen. Als erste 2.1-Kanal Dolby Atmos Soundbar in solch kompakter Größe setzt Ultimea proprietäre Technologien für die akustische Architektur ein, um die Größenbeschränkungen zu überwinden und die Klangleistung zu steigern. Der Nova S50 bietet die präziseste Klangwiedergabe, die Sie spüren können. Kompatibel mit Blu-ray, Streaming auf Fernsehern und Set-Top-Boxen. Unterstützt die vollständige Dekodierung-Wiedergabe, wenn der Inhalt Dolby atmosfähig ist. Die exklusive Bass-Mix-Technologie von Ultimea bereichert die tiefen Frequenzen und ermöglicht anpassbaren Bass für dröhnenden, pulsierenden Bass. Hier ist der Punkt Nummer 4, Ultimea Soundbar vor TV-Devices. Die Ultimea Soundbar verfügt über vier sorgfältig abgestimmte Full-Range-Treiber mit einer Größe von 2,25 Zoll X4, die eine Spitzenleistung von 190 W liefern, um den Klang um sie herum zu bewegen. Die TV-Soundbar wird von einem verkabelten 100 W Subwoofer begleitet, der das Heimkino mit erstaunlicher Klarheit, Fülle, Detailgenauigkeit und Tiefe füllt, sodass Sie das Gefühl haben, mitten im Geschehen zu sein. Der 5,25 Zoll verkabelte Subwoofer liefert fünfmal tiefere Bässe als der Fernseher und sorgt für ein kraftvolles und bewegtes Seherlebnis. Der einstellbare Bass-Plus ermöglicht es Ihnen, den Klang nach Ihren Wünschen anzupassen. Der tiefe und satte Bass erstreckt sich von 50 Hertz bis 20 Kilohertz und belebt Ihre Sinne und weckt Ihre Emotionen, um den vollen Eindruck von Unterhaltung zu vermitteln. Verwöhnen Sie Ihren Fernseher mit kraftvollem, klarem Klang, dank des rein digitalen Verstärkers und der eingebauten DSP-Technologie, die bis zu 125 dB verzerrungsfreien Sound liefert. Sagen Sie Lebewohl zu lästigem Hintergrundrauschen und erreichen Sie neue Dimensionen mit der Ultimea Soundbar. 6 EQ für Klangverbesserung drücken Sie einfach die Taste auf der Fernbedienung, um den EQ-Modus zu wechseln und so Ihre Audioerlebnisse bei Filmen, Musik, Sport, Talkshows und Spielen zu verbessern. Mit nur einer Taste können Sie die LED-Anzeige ausschalten, sodass Sie beim Schlafen nicht gestört werden. Der Punkt Nummer 3, Denon DHT S216. Die DHT S216 Soundbar mit integriertem Subwoofer bietet ein einzigartiges, raumfüllendes Heimkino-Erlebnis und mehr als nur ein integriertes TV-Soundsystem. Das Tonsystem für Fernseher unterstützt die Surround-Standards Dolby Digital, DTS und DTS Virtual X. Die beiden integrierten Subwoofer sorgen für tiefe, beeindruckende Bässe. Das TV-Soundsystem kann problemlos über HDMI mit HD und 4K-Fernsehern verbunden werden. Spielen Sie den TV-Sound über die Soundbar mit HDMI-Ark ab. Steuern Sie die Lautstärke der TV-Soundbar über die Fernbedienung Ihres Fernsehers. Hören Sie Musik von Spotify, Apple Music, Tidal, TuneIn, Deezer und anderen Diensten über Bluetooth. Der Denon Dialogverbesserer verbessert die Verständlichkeit von Dialogen mit drei verschiedenen Modi, ideal für Filme und Serien. Dadurch können Sie die Dialoge hervorheben, ohne die Gesamtlautstärke anzupassen. Nummer 2 in unserer Liste, Bose Solo Soundbar Series 2. Die Bose Solo Soundbar Series 2 ist ein Bluetooth-TV-Lautsprecher, der einfach zu bedienen ist und gezielt erstklassigen Klang für Ihren Fernseher liefert. Die Soundbar sorgt dafür, dass Sie jedes Wort noch besser verstehen, ohne die Lautstärke anpassen zu müssen. Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie einfach die Dialogmodus-Taste auf der mitgelieferten Fernbedienung. Der Lautsprecher ist über nur eine Kabelverbindung mit dem optischen Audiokabel, das im Lieferumfang enthalten ist, mit Ihrem Fernsehgerät verbunden und kann nach kurzer Zeit in Betrieb genommen werden. Mit einer Höhe von knapp unter 7 cm passt die kompakte Bluetooth-Soundbar unter die meisten TV-Geräte. Die im Lieferumfang enthaltene Wandhalterung aus hochwertigem Stahl ermöglicht auch eine bündige Wandmontage. Dank Bluetooth-Technologie können Sie jederzeit all Ihre Unterhaltungsinhalte abspielen. Drücken Sie einfach die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung, um ein Wiedergabegerät zu koppeln und Musik, Podcasts und vieles mehr kabellos über Ihre Soundbar zu genießen. Die Nummer 1 in unserer Liste – Creative Stage 2.1 Channel Soundbar Passt perfekt unter einen PC-Monitor und fügt sich mit seinem schlanken, dezenten Design nahtlos in jede Inneneinrichtung ein. Die Soundbar wird auch mit einem Wandmontage-Kit geliefert, das es Ihnen ermöglicht, die Creative Stage mühelos an Ihrer Wand zu befestigen, einschließlich Montagezubehör. Die Soundbar wird bequem über einen einzigen integrierten Netzstecker mit Strom versorgt und bietet Ihnen somit eine klare Arbeitsfläche oder Oberfläche für Ihren Fernseher. Die Bedienelemente befinden sich bequem an der Seite der Soundbar, sodass Sie leicht zugänglich sind und problemlos bedient werden können. Für zusätzlichen Komfort gibt es eine mitgelieferte Fernbedienung, mit der Sie auf voreingestellte EQS wie Filme, Musik, Konzerte und sogar den Spielmodus zugreifen können. Neben den üblichen Audio- und Lautstärkereglern bietet die Fernbedienung auch die Möglichkeit, die Höhen- und Basseinstellungen anzupassen. Dieses leistungsstarke 2.1 Lautsprechersystem erzeugt eine Spitzenleistung von 160 W und umfasst zwei speziell abgestimmte Mitteltöner für klarere Dialoge und einen beeindruckenden Mitteltonbereich. In Kombination mit dem Subwoofer kann die Creative Stage tiefen, satten Bass erzeugen, der Sie bei Filmen und Musik in jedem Raum begeistern wird. Ich hoffe, Sie fanden dieses Video hilfreich, um das besten kompakte Soundbars unter vielen Artikeln herauszufinden. Wenn Sie das hilfreich fanden, geben Sie bitte einen Daumen hoch. Kommentieren Sie Ihre wertvolle Meinung und teilen Sie uns mit, welches für Sie perfekt ist. Abonnieren Sie unseren Kanal, um die neuesten Updates zu verschiedenen Produktbewertungen zu erhalten.